Moin moin hallo, willkommen zu einer weiteren Folge Single LS19 auf Felsbrunn. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen weitergespielt in der Folge vom letzten Mal. Da sind wir ja nicht ganz so weit gekommen. Jetzt haben wir Kühe. Ich glaube, die hatten wir beim letzten Mal nicht. Und ich habe da hinten noch ein bisschen erarbeitet. Ein ganz kleines bisschen. Aber minimal, ne? Ihr seht schon, minimal. Einen flachen Boden. Genau, dann kommen wir erstmal zum Thema, was sich jetzt erstmal so geändert hat. Ihr hört schon, die Soundqualität vom Mikrofon ist ein bisschen anders. Ja, ich habe nämlich jetzt ein neues Mikrofon. Wenn ich daran denke, werde ich es auch in der Videobeschreibung verlinken. Macht auf jeden Fall, was ich jetzt so mitbekommen habe, einen super Sound. Also, richtig cool. Richtig, richtig cool. So, was muss denn jetzt getan werden? Guckt mal mal nach. Also, wir haben zu tun. Äh, Falsch-Taste. Wir müssen ja hierhin blicken. Nix zu tun. Doch. Ne, doch nicht. Schade. Schade, schade. Ja, dann werden wir wohl mal gucken, ob wir was im Lager haben. Was wir ein, äh, ne, ausfahren können. Falsch. Wieso bin ich denn so verpeilt im S19? Also, das müsste ich jetzt echt mal rauskriegen, was da los ist. So, dann fahren wir mal los jetzt hier. Der Sound ist etwas mit zu leise, mir etwas zu leise, Entschuldigung, so rum. 60. Oh ja, so ist gut. So ist richtig gut. Jetzt sag ich mir, wenn ich hier mein Mikrofon runterreißen, ist mir heute schon mal passiert. Ähm, genau. Dann fahren wir jetzt erstmal mal ein bisschen, noch mal ein bisschen Lager leer und dann gucken wir mal, was da sonst noch so zu tun haben. Der Gaming-Maus hat mir natürlich auch gleich noch mit bei der Gelegenheit geholt. Wie auch eine Gaming-Tastatur, das war so ein Paket gewesen. So. Okay. So. Dann fahren wir das Ganze einmal verkaufen. Ich kenne allerdings jetzt nur einen Händler, wo wir Geld kriegen. Den haben wir ja beim letzten Mal auch schon mal angefahren. Dann fahre ich jetzt wieder hin. Dann kommt ab morgen, äh, je nachdem, ach nee, wann seht ihr denn das Video eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ich versuche das nachher noch hochzuladen, wenn alles gut geht, kommt es heute noch zum Samstag. Und dann kommt demnächst noch eine Folge on the road. Genau. Ich hoffe, ihr hattet, ähm, besinnliche Weihnachten mit eurer Familie. Es kamen ja jetzt eine Zeit lang wieder keine Videos. Jetzt soll das Ganze wieder aktiver werden. Mit schönerer Qualität vom Mikrofon. Ah, fahren kann ich immer noch nicht. Also, das habe ich immer noch nicht ganz drauf, wie man hier fahren muss. Und hier rum. Perfekt. Das war doch jetzt perfekt. Jetzt muss nur noch das Internet mal ein bisschen besser werden. Dann ist alles perfekt, wie dieses ganze Gaming auf YouTube, ne? Weil mein Internet, das ist echt noch der größte Schrott. Echt. Ist halt Dorfleitung. Also, ich wohne ja auf dem Dorf, wie vielleicht einige von euch wissen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass wir da echt mehr Kühe als Einwohner, wie ich vielleicht schon mal sagte. Und das ist echt ein ganz großer Scheiß. Sagt man zwar nicht, aber in dem Fall ist es einfach mal so. Aber nicht erst Streaming ist manchmal so wirklich möglich. Also, ich weiß noch, ich hatte mal angefangen zu streamen. Es hat wirklich nur geruckelt. Deswegen habe ich das Ganze dann auch wieder eingestellt. Ja, mal sehen. Also, wenn dann 2019 vielleicht mal bis das Internet einkommt, Glasfaserleitung, wurde angekündigt zumindest, könnte das Ganze was werden. Mal schauen. Ihr könnt mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so dieses neue Mikrofon findet vom Ton her. Ähm, ja. Also, ich finde es auf jeden Fall vom Klang her, was ich jetzt so in den Testaufnahmen gehört habe, ist sehr, sehr schön. Deutlich besser. Ich finde sogar, es hört sich vielleicht, wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ein bisschen Sandflag vielleicht sogar an. Ich weiß nicht. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie da eure Meinung zu ist. Wird auf jeden Fall beibehalten. Auf Discord wurde das Ganze ja schon als gut bewertet. Bedanke ich mir auch noch mal dafür. Für den so schnellen Supporter. Ups, das war jetzt falsch gelingt. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Boah. Knappig. Ja, komm, hör auf zu hupen. So ein Heimblöd, eh. Echt. Ja, du komm. Ich würde den so gerne mal überholen wollen, aber ich schaffe es nicht. Es ist echt nicht normal, ne. Ich versuche den die ganze Zeit zu überholen. Ich gebe es aber auch nicht auf, ne. Also, wieso sollte ich? Man könnte ja zwar meines deshalb mal aufgeben, aber warum sollte ich? Nein, ich doch nicht. Muss ich jetzt hier auch rumblinken? Ich glaube nicht. Ich habe trotzdem mal gemacht. Der zuckelt ganz schön. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist mir im 17er schon aufgefallen. Die KI zuckt so ein bisschen, soweit man da mal ein bisschen dichter hinterfährt. Warum auch immer. So. Dann nehmen wir gleich doch eine Ladung mit und dann planen wir es auch noch verkaufen. Ne, jetzt tatsächlich. Boah, diese blöde KI, ne. Echt, das ist nicht schön. Zuckelt sich ein ab und rast mir dann rein, also. Nicht gut, nicht gut. Boah, ich glaube, das schafft man diese Folge gar nicht mehr. Dementsprechend sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da zum Mikrofon. Natürlich auch zum Video überhaupt. Like gern. Und wenn das Video total schlecht war, dann bitte auch in die andere Richtung. Dann ist es halt so. Aber trotzdem, schöner wäre es natürlich, wenn es nach oben geht. Wenn noch nicht getan, auch ein Abo da lassen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.